Also, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Naja, es ist direkt mit einem Video, weil das andere Video habe ich ja schon am Ende des letzten Videos erklärt. Sonst wäre das Video 45 Minuten lang. Also, viel Spaß jetzt mit dem Video. Erik, wo bist du? Erik, das wird dunkel. Es wird langsam dunkel. Wir müssen uns Haus ausprobieren. Du bist in einem Loch? Ja, und rate mal in welchen. Der Erdloch. Ich habe Eisen. Wirklich? Wie geil. Gönnen die richtig. Ich bin hier das Eisen. Warte. Nö, mach ich nicht. Bin ich so ein Ehrenloser. Ich habe hier Eisen. Okay, dann lass jetzt schlafen. Okay. Ach so, du hast ein Bett gerade da. Bett ist zu weit weg. Ja, dann geh doch näher ran, Mann. Ich zieh die Tastatur nicht. Da, da. Nie. Komm doch mal wieder hoch. Ich möchte das Eisen haben. Ich bin hier unten, Mann. Okay, Erik, du bist so jung. Ich gehe weiter Eisen fahren. Ich habe sie gestiert. Stürze ich erst runter, Paul. Das wäre schon so. Ah, hier. Komm mal. Erik, soll ich runterspringen? Ja, danke begeisternd, ne? Ja, bitte. Nicht so laut laufen. Oh, geil. Oh, was? Nein. Nein. Ich brauche Items. Erik, du Quatsch. Ich komme schnell zu dir runter. Ja. Aue. Ich brauche meine Items wieder. Erik, komm her. Erik, ich brauche meine Sachen. Guck mal, in den Chat, Erik. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das in einem lustigen Clip, in einem lustigen Video als Clip rein soll. Nein. Ich suche mir jetzt mein Haus aus. Und der Baulicht von der Seite einfach in diesen Baulicht hin. Hä? Ja, guck mal nach oben. Ich denke, wir werden das Laufen noch mal ein bisschen abdrehen, oder? Ja. Das machen. So wie Crocodile Endes zum Beispiel. Und der Baulicht von der Seite. Das braucht die Hand hat. Schaut mal, ob ihr euch einmal vorbei habt. Das ist nicht so. Egal. Egal. Nachher werde ich euch vielleicht noch helfen. Mit dem Dorf, aber. Ich brauche ein Kreuz. Wie schön. Aber nicht das Kreuz, was du meinst. Das ist dein Kreuz. Ja. Egal. Wenn Erik stirbt, dann muss man ja auch natürlich an denken machen. Ein Dörrkreuz. Erik war nur drecklich. Erik, kommst du mal wieder bitte hoch. Rennd dich. Für eine Arbeit. Mir auch scheßegal. Ey, Erik, aber ich habe eine kleine Überraschung. Guck mal bei mir auf dem Bildschirm. Ein schönes Dörtkreuz. Ja und du bist so gebaut. Ja und du bist so gebaut. Paul, 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 Paul. Bau mal komplett alles zu. Richtig krank zu, damit er nicht mehr hoch kann. Der Totemianmany. Der Totemianmany. Der Totemianmany. Der Totemianmany. Wo bist du? Ich bin ganz voller Energie. Krieg ich bitte meine Sachen entgegen? Mir ist bekannt, dass ich besser bin. Ja, als mir. Ja. Jetzt, wenn ich nur 4,5 Werten habe. Ach du hast nur 4,5 Werten? Nein. 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 Ja, 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 ja. Verdammt! Ich dachte, ich will hier weit voraus. Aber deine Schwester ist dummer. Dummer. Erik. Erik stirbt. Erik stirbt. Aber mein Herz. Ja. Ja. Ich will hier deine Items haben. Guck, guck, guck. Schwimm ich jetzt her und töte ihn. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt ist er weg. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Doch, doch, doch. Ganz easy. Nein. Ich bring auf ihn raus. Nein. Erik ist das Schwein. Schwein! Danke für deine Sachen. Achtung, entfomm ich! Da kommt wer. Wer denn? Ja, sehr gut. Der Iron-Google. Mut, Härtchen. Silvia Mutter. Willkommen. Ohne Idee. Ich freu mich schon, wenn ich mit ins Video kam. Ich bin immer mal auf einem Kanal. Und vor allem auf dem besten YouTube-Kanal. Gut. Erik, du kommst jetzt eh nicht mehr hier. Ist er angebaut? Ja, ist er? Nee, er liegt auf eurem Bett in seinem Grab. Ja. Er ist wirklich. Paul, du bist auch so dumme. Du weißt schon, dass er das mies dran sehen kann. Ich weiß nicht. Weil das einfach nur normale Erdnöcke sind und keine Grasblöcke. Hm. Ja, upsie. Was ist denn da? Oh mein Gott. Hast du dir auch noch mal überkocht? Äh, ja. 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 Hab sogar nachgenaukt. Ja. Und jetzt soll ich einmal nachgucken? Was ist? Was ist? Was ist? Ja. 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 Guck mal. Soll ich einmal hoch sneaken? Also soll ich mal nicht mehr sneaken? Mach mal. Einmal hoch sneaken. Er ist im Grab von den toten Manni. Und drucken. Und drucken. Dreh noch mal. Hast du mich gesehen? Ja, ich hab mich gesehen. Zwei Herz. Warum? 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 Ich will das nicht. Wie komm ich aus dem Menü raus? Ja, ich habe mich gerade wieder zurückgebracht. Ich weiß. Ich weiß. Das ist geil, ne Erik? Erik, wie komme ich auf das Emotionsmenü raus? B, wo ist B denn? Unten. Ah, danke. Was ist der beste Youtube-Kanal? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, was ich denke. Aber dann auf jeden Fall gut. Weil, wenn ich es nicht mehr so sagen kann. Ich kriege mein Freund. Nein, der Brawl ist geil. Aber... Ja, auch richtig. Ich will mich smashen. Hilfe. Wo bist du? Ich habe gleich zuerst mitten in der Luft. Oh, ich bin gut. Ist über den Kraft des Ohmannes? Nein. Nein. Sorry. Also, äh... Find mich, find mich. Du hast mein Eisenmacher schon getraut? Ey, Erik. Erstmal müssen wir mich finden. Warum töten wir uns da jetzt auf? Also, warum machen wir jetzt eigentlich zu? Warum geht die Tür hier auf? Ich habe deinen Namen gelegt. Ja, wie denn? Du hast mal kurz essen. So ungefähr? Ja, ungefähr so. Oh, ja, genau. Nein, 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 nein. Oh, du bist geil. Ja, Erik, dann lass uns doch keine Erde machen. Nein, lass uns doch nichts machen. Nein. Die Erde hat mich geknickt. Ja, Paul, wo er nicht mehr da ist. Ja, genug. Ich guck mal nach. Ey, Hilfe. Ich fühl mich hier nicht ganz alleine. Ganz alleine. Ja, ja, Opsi. Ich bin weg. Gehst du? Ich guck mal gut, wie es geht. Ey, es ist 20 und 50. Ich bin weg. 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 Ja, Opsi. Wollen wir denn jetzt aufhören uns zu töten? Ja. Ey, Paul, kann ich dir das beizieken mit den Pennen? Hast du eigentlich die Betten abgebaut? Du hast die Betten abgebaut, ne? Ja, Erik die Penne. Ach, Erik die Penne. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Habe ich aber keinen Bock. Gut, also wo wir beginnen mit dem Upgrade des Dorfes? Ne, als erstes müssen wir uns ein eigenes Wohnhaus aussuchen und die ein bisschen upgraden. Okay, ist das schon mit? Warte. Paul, darf ich kurz beitreten? Nö. Nö. Im Moment noch nicht. Wir machen jetzt mehrere Folgen, oder? Ja, klar. Guten Morgen. Übrigens, das ist jetzt die erste Folge Minecraft Fake Door. Ne, wir sind hier im Süd-Dorf. Im West-Dorf. Soll ich mal in Süd? Ne, ich stehe in Süd-Dorf. Lass einfach irgendein normaler ausgehen. Ja, jeder kriegt aber ein einzelnes, ne? Leute, sag mal was ich auch freu. Okay. Ich dachte, wir wollten aufhören. Ja, okay. Okay, okay, stopp. Ich hab Bestand, Digga. Ja, ich weiß. Warte, dann gönne ich mir dieses Haus hier. Bestand, Digga, ist nicht schlecht. Hast du ein Bett? Du musst drei Eingriffsschrafen. Nein! Hilfe! Ach, du möchtest schlafen? Ja, dann muss ich mit mir schlafen. Junge, was will der Villager hier? Wir müssen eigentlich auch für alle Villager ein Bett machen, ne? Ja. Also, ich muss sagen, wir machen es wie in einem Ort. Wir müssen die Villager mal wieder zählen. Kann es sein, dass du gerade einen Villager tötest? Ja. Ach ja, das ist erlaubt. Hi! Guten Morgen! Du bist immer ein Brofest! Ja, okay. Stopp. Wir haben, du hast nicht entrindet. Wollen wir das im Dorf frei halten oder nicht? Ja, klar. Okay. Ups, die falsche Knopf! Wollt dich recht, reicht das? Du kannst nicht. Warte. Also, ich baue mal ein Bohr. Guck mal her. Erik, ich haue gerade ein Haus aus Kegeln. Was machen wir hier gerade? Das weiß ich auch nicht. Sollte, der Kanal nicht eigentlich einen Jungen frei halten. Ja, das ist ja ein Jungen frei. Weil, das ist gut. Ja, wir haben nur ein bisschen getanzt. Wie gesagt, wir bauen ein bisschen ein Kontrast an den Mauern. So wie Cocter Lenny ist in seiner Zeit. Ja, okay. Erstmal, Erik, kriege ich ein bisschen Aufrüstung. Ich hatte aber Äpfel, Brot, alles. Brot hatte ich auch. Ach stimmt, habe ich Willi gegeben. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie unser Haus aussieht. Äh, Erik. Also, unterweiten wir mein Haus an die Richtung. Äh, also, erst mal, ich fange an, ein Haus abzureißen. Hässliche Häuser. Und wo wir auch Rohstoffe rauskriegen. Ich mach mir jetzt mit von ihm zu. Nichts Krasse. Okay, ne, eigentlich nicht. Äh, egal. Müssen wir irgendwie. Äh, Erik. Äh, wollen wir uns so eine Mine bauen? Wollen wir damit erstmal anfangen? Dann würde ich nochmal später. Ne, ich brauche ja jetzt Stein. Damit ich überhaupt mein Haus bauen kann. Und, äh, ich muss ja auch irgendwie an Steinen kommen. Damit ich Stein-Tools machen kann. Ja, ich mach erstmal so eine, so einen Mini-Gun. Junge, ich drück auf die ganze Zeit eh eine. Ich hab dich einmal geschlagen, okay? Ich hab dich auch einmal geschlagen. Okay. Okay, ich hab ein Herz, Digga. Ich brauch Ressourcen. Oh, 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 oh. Jetzt ist immer noch hinter mir. Ich kann nicht mehr sprinden. Oh, Höhne, dein Freund, Digga. Danke, jetzt hab ich wenigstens ein paar Ressourcen. Ich komme! Ja, komm. Oh, komm. Du musst... Oh, warte, 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 warte. imagine ich luzon. Bist du da? da bin ich wieder aus ich bin wieder da und morgen kommt direkt die nächste episode tschüss genießt jetzt noch das Ende des Videos Erik, wie kann ich komplette Stacks Steuerung Steuerung Kuh, ja da, bitteschön äh, warte äh, du kriegst hier erstmal das das das, das, das ach so, stimmt das, das, das das, das du kriegst ja, ich weiß nicht was das, das das, das du fikst das